Ich heiße Leonie. Alle fragen sich, warum ich so seltsam bin. Ja, was hat Kogenbauer keine Psychiatrie tun? Ich rufe noch einmal an wegen dem Thomas. Ich habe meiner Mutter immer gesagt, ich habe eine Krankheit und sie sagt mir immer so, wenn du da hast keine Krankheit, will es dir nur ein. Weil ich denke, es ist für viele Eltern die Frage, was habe ich falsch gemacht zu sein. Vorstellungsgrund, oppositionelles Verhalten. Du kannst jetzt da bauen, was du möchtest. Und ich schreibe ein bisschen was mit und frage dich zum Schluss, was du gebaut hast. Die Ferdinand-Geschichte. Ich habe mit der Wilma Lang gesprochen, die hat mir in den bunten Farben diese Stunde erzählt. Auch erzählt, dass sie befürchtet, dass der sich umbringt mit acht Jahren. Es geht so nicht mehr. Es ist mittlerweile nicht mehr fünf vor zwölf, sondern zehn nach. Es gibt keine Ausbildungszeit. Ich habe nichts zur Verfügung zu stehen. Wie geht's mit Lernen? Ich lerne viel, aber ich habe zu spät angefangen. Ja, aber das ist gut, das motiviert. Ich habe auch immer zu spät angefangen zu werden. Immerhin habe ich bis zum Arzt gebracht. Ich hoffe, ich werde mich bald ändern. Derweil wäre ich gern genauso wie die anderen. Ich habe auch immer zu spät angefangen. Untertitelung des ZDF, 2020